Liebe Fitnessfreunde, ich habe es heute nicht ins Studio geschafft und deswegen power ich euch mal mich hier selber heute zu Hause aus. Das Ganze mache ich mit einer SZ-Stange, so eine gebogene, geknickte Langhantel. Ich zeige euch mal, wie ich mich damit auspower. Ich mache ein Kraft-Ausdauertraining, ein Ganzkörpertraining, versuche alle großen Muskelgruppen hier abzudecken, jeweils 20 Wiederholungen ohne Pause, dass ich mir das richtig auspower im kurzen Zeitraum und das könnt ihr auch wirklich super zu Hause machen, um euch richtig auszupowern. Ich fange einfach mal an, ihr guckt euch das Ganze an und fragen könnt ihr, wie gesagt, wieder auf meinen Blog stellen. Das Ganze mache ich mit einer SZ-Stange. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.